Hallo, euer Bankingang und damit recht herzlich willkommen auf meinem Rostig-Kanal. Wir freuen uns auf dich über der Zeit für ein kleines FNAF-Fan-Fan-Game-Pol. Spielen wir zusammen die Full-Version von Funtimes at Humus. Ich habe jetzt erst die Demo gespielt und prompt kommt die Full-Version raus. Das passt. Night One. Play. Springfield Shopper Daily. A new store is open. A new place called Simpsons Happy Donuts. Has finally been opened. But what's so special about it? Not only has a bunch of stuff for amusement. But also fully functioning robots. Robot. Left door Blower Schlings. Green Button is rechts. Don't press the red button. Ew. I don't understand it. Ich habe ja die Demo geliebt. Ich finde, ich liebe sowieso Humor. Die Location ist so geil. I like it. I like it so much. Here you go. I love it. Ich liebe ja solche... Ich liebe ja Spiele, die so im Comic-Stil sind. It's great. Ich bin ja immer auf der Suche nach einem Secret, ne? Ich muss doch irgendwo... Irgendwo ein Secret geben vielleicht. Maybe. I don't know. Ich werde mal gucken hier. Und das cool ist ja, dass man hier den Monitor auch noch sieht. Und das finde ich so cool. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Da ist sie. Seht ihr sie? Seht ihr? Lisa. Sie muss aber hier hin, glaube ich. Wenn Lisa hier in dem Monitor ist, ist, dann steht sie normalerweise vor der Tür. Und don't press the red button. No. Sie ist immer noch da oben. Hier können wir sie ja verfolgen. Im Live-Bild, ne? Äh, äh. Oh. She is coming. Wenn wir jetzt wieder Schritte hören, dann müsst ihr ja eigentlich vor der Tür stehen. Mal schauen. Oh, der button war mal. Lisa. I don't, no, don't press the shock button. No, no. Und Bart muss hier sein, in dem Monitor. Wenn Bart is here, dann stands for the door and will come and you will come in. No, no, no. Don't come in, my friend. I like it. Und dann haben wir noch den Hu-Yu-U-U-Go. Aber der schläft auch. Hugo still is here. Oh, Bart is coming. Yeah. Wir schauen uns mal nach dem, äh, nach dem Win-O. Urgh, nach dem Monitor. Hele. Urgh. 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 Oh Doentulation? Stop doentulation It's so wonderful WONDERFUL BAD Yeah Li- What? What? Lisa? Where is Delphine? Oh, Hugo Yeah, Hugo is a bad guy No, 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 I lied I don't It was not Ich bin ja kein Freund von Zeichentrickserien, aber Simpsons ist einfach Kult. Simpsons are so great. Ich muss in den Monitor gehen, damit der Humor, Humor, damit der Humor wieder verschwendet. Insofern habe ich eine Demo schon rausgefunden. Ich gehe nach hier. Hugo. ... Natalie ist kommt? Wood? Ich hab gedacht, Lisa kommt zuerst. Ah, Caramba! Wo ist Lisa? Hugo? Er ist gekommen. Der Mann ist gekommen. Ah, Caramba! Oh, Lisa. Lisa ist gekommen. Hugo? Go to bed, my friend. Lisa? Ah! Lisa ist weg. Yes, Strike! Oh, play card task to duplicate your earned coins. If you lose, you lose all your coins. Yes! Sometimes you will try to steal your donuts. Quick, click his hand before he grabs it. March. Don't make the wrong donuts or else she may get mad. Don't take too long to make donuts. Yes. In the demo bin ich ja kläglich gescheitert, ne? No! I lost all my coins! Ha 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 ha! Why? I'm so bad. Game over. I like this. No! No, no! No! No. No! No. Night 2 Springfield Shopper daily It works After a night testing It can be confirmed That artificial intelligence robot works People are impressed On how to test worked out And they are continuing the tests To see the limits of our robot friend But what on the other side Just a rumor That it Old man yells at the door Who must suddenly try to steal What Where's Night 2 What Ah No A white one Oh it's how we forget Ah Shit Shit Hurry up Yeah what Nice Uh what I will play Night 2 What Night 2 Night 2 Night 2 Later What Donut To make 10 DO NO 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 ein brauner mit so was jetzt haben wir ein brauner mit roten mit rot braun mit braun ah black one shit brown with white brown with black don't 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 white with red what what the hell yes what what the hell yeah nice but now we're gespannt what what play much she likes to stand by all on left or right door near your office when she tells something to Maggie close the door she's in when she attacks you can't see her indoors but her voice can help to know what side she's in when your power goes off you have two options to go in the wind leading to the power generator room to restore some power it's not safe however and you may only use it once per night but can also you know einmal darauf gehen und die power zurück drehen yes I understand nothing I only can go once time in in the night to this ah it's a complicated game here but I love it I love it great game very nice we're in like this hell I love it so much we have to take care of our energy what oh what the hell Lisa Lisa... Lisa ist gekommen. Lisa? Oh. What the hell? Jesus! Oh, bitch! No! Come over! Da oben seht ihr ja noch... Gibt es noch Coins? You see this? Coins? Wir haben ja nur 41, weil wir das erste Mal haben ja gelost, ne? Ja, wir haben eine Freundin Nacht. Ich würde sagen... Ich belasse es jetzt mal für den Anfang. Ich werde auf jeden Fall weiterspielen, ist ja klar, ne? Das war auf jeden Fall Fun-Time-Set-Humor! Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten werdet auch beim Rosti-Kanal. Lasst mir doch gerne einen Like da oder freut sich daraus hier drüber. Ansonsten... Falls ihr noch kein Abo habt, einfach nur aufs Kämpfe drücken. Press den Red-Button for Subscribe my channel! In diesem Szene... Genießt ihrs Leben! Enjoy your life! Habt Spaß miteinander! Verhaut euch nicht! Und bis zum nächsten Mal! Sagt Tschö mit dir! Und viel Götig an uns! Euer lustiger Rentner! See you next time! Spreefield! Goodbye! Goodnight! Good night! Bye! Bye! Untertitelung des ZDF für funk, 2017